Ich bin am Steuer, aber ich mach die Straßen hier unsicher, Miep, Miep. Und ich ist in der Oga hier mit der Matte auf dem Kopf, Junge, die kommt jetzt ab. Ja, ja, kommt beim Friseur gewesen, da hab ich auch wieder an Steuer. Wum, wum, Toni Schub Schub hier. Ich hab hier den Fahrradpanzer-Service gerufen. Wenn ihr einen Platten habt, aber nicht in der Birne, sondern nur im Rad, da ruft ihr mich. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier mache, aber wird schon gut gehen. Und, hat alles geklappt? Ja, aber diese zwei Schrauben sind noch übrig geblieben. Keine Ahnung, wie die hin müssen. Sonst hat alles geklappt. Das kannst du nicht ernst meinen. Das kannst du nicht ernst meinen. Ey, lass diese Küsse in diese Kamera, mach mal bitte vernünftig hier mit einfach. Nach drei Spielen sind wir Tabellenführer. Drei Spiele, drei Siege. Wir hören uns mal hier beim Training um. Mal gucken, was die Kollegen dazu sagen. Von außen ein bisschen als Trainer fungiert. Sehr gute Einsätze gehabt, aus deiner Sicht. Leider verletzt immer noch. Ja, irgendwer muss die Jungs ja coachen, aber ich wünsche mir, dass es mal ein bisschen spannend wird. Ganz schön langweilig, alles zu gewinnen. Top-Torjäger, drei Spiele, vier Tore. Können oder Glück? Können, ich hab gesagt. Ich kann auch offensichtlich spielen. Ihr wolltet mich Innenverteidiger sehen und jetzt liep euch ab. Drei Spiele, drei Siege. Wie ist es aus Rentnersicht? Also, super anstrengend. Drei Spiele, drei Siege, null Einsätze. Was sagst du? Boah, heute nach sechs Wochen erst mal ein Training. Mal einsätze. Drei Wochen im Team, du bist ein Neuer. Wie gefällt es dir? Gut, mal Bock. Was soll ich sagen? Tabellenführer, aber nicht eine Drohnenaufnahme. Was ist da los? Ja, ich bin leider die ganze Zeit gesund, Alter. Ihr müsst wieder mehr Auge machen, ne? Vielleicht werde ich ja mal wieder krank, dann kann ich von oben filmen. Wie gefällt es dir im Team bis jetzt? Ja, wir sind ein fantastisches Team. Fablito, lieber sonntags spielen in Kreisliga oder Fan sein in Baller League montags? Fan sein. Heute ist dein schöner Tag, schöner Tag. Heute ist Jamal Geburtstag. Bist du 16 Jahre alt oder 36? 15. Ja, jetzt wird es voll gekracht. Jamal hat ja richtig aufgetischt. Ariana ist natürlich auch Hammer. Das nur für mich. Ja, ist klar. Wenn es zu essen gibt, kommst du direkt, ne? Cola. Das ist jetzt die Frage. Was wird genommen? Ja, jetzt können wir schneller essen. Guck mal, jeder hat ganz normale Stück. Selbst Geburtstag sind kleine Stück. Aber dieses Stück brauchst du dich gar nicht verstecken. Auf eigenen Wunsch. Auf eigenen Wunsch. Sonntags Kreisliga bei Botetos oder bei Spandu und Montags Baller League? Wo bist du lieber? Also der meint, das ist wirklich vollkommen ernst. Was war? Oh, Bruder. Alles gut. Ich habe nie was gesagt, Junge. Du denkst immer an mich. Holzi, wie viele Tore lässt du heute nicht durch? Gar nichts heute. Weil heute macht der Andrew und der Yalik da heute nicht. Was ist los? Man muss auch mal die anderen arbeiten lassen. Weißt du, ich habe da drei so Bomben-Spiele gemacht. Man braucht mal jetzt ein bisschen Pause, ne? Sag mir nicht, du sitzt heute an der Drohne. Der König muss dich auch mal ausruhen. An der Drohne nicht, aber in der zweiten Halbzeit gibt es ein Freischuss-Tor von mir. Und dann verabschiede ich mich auch wieder, ne? Kennt ihr, dass du den ja Kaugummi kaut? Und für den Weg euch vielleicht auch eine zu reservieren. Karin, du kennst das auch, oder? Ja, immer einen Kaugummi dabei. Ja, aber man nimmt dann die ganze Packung mit, weil Karin nimmt einfach ein Ding mit. Von der Fluse, egal. Einfach später wieder essen. Und tut das einfach so in die Hosentasche und holt das zwei Stunden später raus von Österreich. Am liebsten Protetos Sonntags und am zweitliebsten bei Protetos Montags Baller. Das ist die einzige richtige Antwort hier. Die Ultras sind wieder unterwegs. Heute Matchday Baller League. Heute aus der Fankurve wieder anwesend. Karin, ist deine Stimme eingehüllt? Ich bin auch ein bisschen heiser von letzter Woche. Heute wollen wir wirklich Volldampf geben. Karin ist auf jeden Fall gut vorbereitet heute. Jetzt ein richtiger Ultra. Protetos-Flage hängt. Yvonne, was ist dein Tipp heute gegen Montag? Ich sage vier, vier, zwei oder fünf, zwei für uns. Hans, Eintracht Spandau?